ok leute das ganze wird jetzt gleich ein bisschen kurios vielleicht ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine odyssee die ich durchlaufen habe um an diesem punkt zu kommen nämlich so wie der raum jetzt optimiert ist und auch klingt und ich denke mal ihr stimmt mir zu wenn ich sage dieser raum klingt jetzt wirklich gut im gegensatz zu vorher und den anfang werdet ihr jetzt einmal sehen wundert euch nicht es wird alles ein bisschen kurios aussehen mal steht da ein greenscreen dann habe ich wieder was an der wand dran das licht fällt mal aus oder auch nicht habe auch zwischendurch irgendwas auf der brille glaube ich aber egal darum geht es gar nicht sondern ich möchte euch jetzt einmal zeigen was ich alles gemacht habe damit der raum jetzt so klingt wie er klingt und selbst am ende wo ich schon dachte ich wäre am ende war ich noch nicht aber seht selbst viel spaß so das hier ist jetzt einmal kurz ein audio test und ich habe hier noch nichts weiter vorgenommen an irgendwelchen änderungen ich habe hier nichts gedämmt nichts irgendwie abgehangen oder sowas hier ist noch absolut gar nichts passiert ist es alles im original zustand so wie ich bislang auch aufgenommen habe ich habe jetzt hier testweise mal drei verschiedene mikrofone am start das ist zum einen hier dieses richtmikrofon was ich überwiegend für meine aufnahmen nutze und ich kann es noch mal so ein bisschen zu mir her drehen ich habe jetzt extra hier im bild gelassen damit ihr das seht ihr mikrofon ist dann habe ich hier noch ein voiceover mikrofon wo man ja die voiceover mit einspricht dort werde ich gleich auch noch mal rein sprechen und weil das halt auch viele nutzen habe ich hier noch ein lavalier mikrofon angebracht was ich auch noch mal mit einem extra aufnahme gerät aufnehmen so dass ich dann halt zwischen den ganzen aufnahmen einmal hin und her schalten kann um euch das zu zeigen was es im endeffekt für die einzelnen mikrofone bedeutet also ich würde sagen ich fange jetzt einfach mal an ich rede jetzt hier einfach ganz normal dadurch können diese beiden mikrofone schon mal aufnehmen und während ich jetzt ganze zeit am reden bin hört ihr vielleicht auch schon diesen hall oder schall der sich hier gerade umgibt oder der mich hier gerade eher gesagt umgibt ich kann jetzt noch mal ein bisschen deutlicher reden vielleicht hört man das dann auch noch mal so jetzt können wir noch mal kurze hohe laute machen also wenn ich klatsche zum beispiel und das ist jetzt ein test von dem voiceover mikrofon so hört sich das dann an wenn ich in das voiceover mikrofon rein spreche natürlich hat auch die qualität des mikrofons immer was damit zu tun wie gut sich der ton anhört und wie viel von außen rum aufgenommen wird deswegen sind richtmikrofone eigentlich in der regel immer etwas besser es gibt auch andere mikrofone wie zum beispiel halt dieses lavalier mikrofon was ein kugel mikrofon ist das heißt von allen seiten aufnimmt das ist dann natürlich nicht so cool weil wenn ich jetzt in eine richtung spreche der hall und schall kommt zurück wird das natürlich vom mikrofon auch direkt aufgenommen dass man jetzt einmal die testaufnahmen mit hall und schall hier aus meiner wohnung die wohnung ist relativ groß zeige nochmal kurzen aufnahmen wie das jetzt gerade aussieht hier aktuell wo ich jetzt hier sitze und aufnehme und dann könnt ihr euch gleich ein eigenes bild davon machen wie sich der unterschied da anhört wenn ich das ganze ein bisschen ausgestattet habe so jetzt seht ihr dass das alles ein bisschen dunkler hier gerade aussieht ich habe mich jetzt also noch nicht richtig ausgeleuchtet das ist aber auch nebensache weil jetzt geht es wirklich nur den ton und warum das so dunkel ist das liegt daran dass ich jetzt hier zwei vorhänge genutzt habe zum einen vorhang der direkt vor dem fenster noch mal ist und ein großer vorhang der mich jetzt von dem restlichen raum abtrennt also der raum ist so ungefähr ich meine irgendwie so um die 40 quadratmeter und ich sitze hier auf ungefähr sechs quadratmetern und habe mich halt hier abgetrennt weil dann ist halt noch wohnzimmer und küche da also das hier ist eigentlich das wohnzimmer aber jetzt halt mein kleines studio und deswegen habe ich das abgetrennt mit diesem vorhang und dieser vorhang ist ein akustik vorhang also im prinzip so ein bühnen vorhang aus mollton also ein mollton vorhang kann man sagen und das ist ein ganz einfacher in anführungszeichen das heißt er hat jetzt nicht noch mal irgendwie eine spezielle schicht innen drin oder so es gibt welche die haben halt noch so eine folie dazwischen und der hat auf den quadratmeter 300 gramm es gibt auch welche die haben 600 gramm auf ein quadratmeter aber der ist natürlich noch schwerer und da das hier gerade schon eine ups eine bahn von drei metern überbrücken muss wollte ich jetzt nicht noch ein schwereren vorhang da dran hängen weil die stange tatsächlich drei meter oder drei meter zwanzig durchgehend ist und dann nicht noch mal zwischendurch befestigt ist also die ist durch den drei meter zehn oder drei meter zwanzig lang und muss natürlich diesen schweren vorhang irgendwie halten können wichtig ist wenn ihr so ein vorhang nutzt dass der halt immer so ein oder zwei meter am besten zwei meter länger ist als die wandlänge das heißt also wenn ihr eine drei meter wand habt sollte der vorhang vier oder fünf meter sein weil ansonsten zieht den halt einfach nur auf aber ihr habt dann keinen faltenwurf und dieser faltenwurf wenn ihr den so ein bisschen zusammen macht ist halt noch mal besser um akustik abzufangen und zu dämpfen und vielleicht hört ihr das auch schon anhand dessen wie ich jetzt gerade rede ich kann auch zwischendurch mal kurz in mein voiceover mikrofon hier rein sprechen ob ihr jetzt schon eine veränderung hört und ich höre sie wirklich extrem deutlich ich zeige euch das einmal wie das jetzt hier aussieht wo ich hier sitze so licht geht hier auch schon an einer kamera weil das ist eigentlich relativ dunkel hier tatsächlich hier seht ihr einmal steht ja mein schreibtisch hier habe ich meinen schreibtisch stehen und hier wäre normalerweise küche und wohnzimmer dahinter und hier habe ich halt diesen vorhang aufgehangen ja der hängt jetzt hier und streckt sich über diese ganze breite der ist jetzt hier relativ glatt das heißt er faltet er sich gerade nicht weil ich müsste ihn eigentlich noch ein bisschen darüber ziehen wie ihr seht da faltet sich alles wäre natürlich optimal wenn er überall so aussieht und genau da haben wir die kamera und hier ist der zweite vorhang das wasser so ein bisschen durch blitzt das ist das tageslicht von draußen ja also es ist gerade acht uhr morgens und hier kommt die sonne schon drauf und das hält natürlich die sonne gut zurück ist blickdicht man sieht aber wie ihr jetzt das auch erkennen können auf dem video vielleicht sind ganz klein mini pigmente dass da ein bisschen helligkeit durch scheint oder durch schimmert aber es scheint nicht durch also wenn ich hier sitze ich kriege hier keinen sonnenlicht ab oder ähnliches und akustik wird auch zurückgehalten und hier das ähnliche prinzip gardienstange vor das heißt ich habe dort einen akustik vorhang und hier diesen akustik vorhang und die akustik ist wirklich enorm besser geworden wirklich richtig richtig geil also man hat sofort gemerkt also ich diesen vorhang vorgezogen habe nicht nur dass es dunkel wurde so wie es eigentlich auch wollte weil ich wollte eigentlich dass die abgedummelt haben dass ich halt immer mit studiolicht arbeiten kann so dass ich in den videos immer das gleiche licht habe und nicht immer von der sonne irgendwie geblendet werde und der weitere vorteil ist hier tatsächlich einfach die akustik sowie jetzt also zu dem vorhang ihr hört mich wahrscheinlich wirklich trocken also ich selber habe es sofort wahrgenommen jetzt klatsche ich noch mal so ein bisschen und zeige ich noch mal was das jetzt nur alleine von dem vorhang ausmacht so so die höhen sind immer noch ein bisschen zu hören klar die hört man auch also ich höre den schall auch noch drüben in der küche ja das kommt aber doch daher dass dieser vorhang jetzt nicht extrem für höhen sondern eigentlich eher auch so für tiefen gedacht ist es geht halt hauptsächlich immer darum dass du die tiefen irgendwie absorbiert weil du damit gleichzeitig die höhen auch absorbieren kannst und ich kann jetzt hier noch mal so ein bisschen in diesem mikrofon reinsprechen dass ihr da auch noch mal so einen kleinen vergleich habt wie sich das jetzt anhört ist auf jeden fall schon mal trockener die nachhallzeit ist einfach kürzer also zumindest in den tieferen tönen das höre ich so schon die höhen sind eigentlich immer noch ein bisschen da jetzt habe ich noch eine variante was ich jetzt noch machen werde also diese vorhänge habe ich wie gesagt eigentlich nur wegen dem licht geholt aber dann habe ich mir gleich gedacht nimmst du einfach akustik vorhänge weil dann schlägst du zwei fliegen mit einer klappe und das funktioniert wirklich super gibt es in verschiedenen größen längen breiten verlinke ich euch unten in die video beschreibung wo ich es her habe und sind gar nicht so teuer wenn ihr die einfache variante nehmt dieser vorhang hat jetzt gekostet der große ich meine so um die knapp 80 euro nur der vorhang plus gardinenstange der kleinere vorhang der ist meine ich zwei meter breit zwei meter mal zwei meter 50 oder so oder zwei meter 50 mal zwei meter 50 bin mir ganz sicher aber der lag so bei 50 euro also das preislich völlig in ordnung ihr könnt das ist mein tipp was ich vielleicht noch machen werde oder auch nicht das muss ich mal überlegen es gibt ja diesen stoff noch in 600 gramm pro quadratmeter ist er natürlich viel teurer dann liegt ihr bei so einem vorhang nicht bei 80 euro sondern schon mal über 200 euro da sind die maße auch etwas anders aber ihr könnt auch einfach wenn ihr den platz habt und die möglichkeit zwei vorhänge quasi voreinander hängen also ich könnte jetzt vor diesen vorhang noch ein vorhang vorhängen und wäre damit eigentlich günstiger als wenn ich den in den dickeren stoff nehme und dann habt ihr quasi im vorhang wieder luft dazwischen wo der schall durchkommt trifft auf den nächsten vorhang und muss da natürlich auch noch mal isoliert werden also bleibt denn quasi wenn er dann versucht zurückzukommen auch so ein bisschen da gefangen das ist eigentlich gar nicht so verkehrt also kann man machen wenn man möchte immer irgendwie übertreiben das ganz klar aber jetzt kommen nämlich zum nächsten punkt denn was ganz wichtig ist sind immer die raumecken die raumecken oben sind immer so diese ja die die blödsten gegner sag ich mal was was ton und schall angeht alles was so in die ecke reingeht sei es eine ecke selber also die ecken selber auch aber ich spreche jetzt von den ecken oben wo quasi die decke ja auch noch mit einbezogen ist weil das sind halt drei flächen die aufeinander treffen und einfach nur für chaos sorgen und das könnt ihr ganz leicht absorbieren dazu habe ich mir extra welche bestellt verschiedene absorber abwärts aber speziell auch welche für die ecke und ich zeige euch die einmal so das sind solche hier so sehen die aus sind so dreiecke die sind extra für die ecke gedacht und hier sehen die so aus ja die sind so flach warum kann ich gleich noch mal kurz erklären so und das hier ist ein spezieller schaumstoff und da habe ich sehr lange nach gegoogelt einen vernünftigen schaumstoff zu finden weil schaumstoff ist nicht gleich schaumstoff die qualitäten sind da wirklich unterschiedlich und ich bin auf eine firma gestoßen die diesen schaumstoff exklusiv verkauft also produziert und verkauft dieser schaumstoff hat eine spezielle dichte und bringt einen dazu dass man halt noch anders klingt ich kann das mal versuchen ob man das hier so ein bisschen am mikrofon hört wenn ich jetzt hier dieses diesen schaumstoff jetzt mal vor meinem mund halte oder dichter rangehen dann müsste die eigentlich hören dass sich der ton jetzt gerade verändert und wenn ich jetzt wieder weg gehe dann ist der hall vielleicht wieder ein bisschen größer so jetzt setze ich mich wieder vor den schaum also bringe ein bisschen bisschen näher dran und der ton verändert sich ganz leicht weiß nicht ob ihr das so mitkriegen könnt aber der ton wird sehr dumpf dadurch weil natürlich so ein bisschen die die tiefen absorbiert werden aber auch die höhen was ich vorhin sagt also tiefen und dann gleichzeitig auch mit die höhen und die werden einfach in der ecke um installiert und dann habt ihr ruhe jetzt ist hier natürlich so eine ja so eine abgeflachte seite das könnte zum einen natürlich produktionsbedingt irgendwie so sein dass man auch sagt das soll wirklich in jede ecke reinpassen meiner meinung nach ist es aber auch noch vorteil wenn ihr das teil jetzt so in die ecke reinsetzt sitzen ja irgendwie so in der ecke und ist hier so abgeschrägt und das bedeutet dahinter ist noch ein bisschen luft und wenn ihr hier rein sprecht auf dieser seite dann kommt auf der rückseite automatisch auch noch hall und schall und geräusche und töne und sowas alles raus so und wenn die rauskommen dann ist hier diese kleine luft das reflektiert wiederum gegen die wand und geht wieder zurück in das polster rein ist also eine kleine doppelte geschichte ist eigentlich so wie mit diesen absorber selber die wirklich so dreieckig sind und es gibt zwar welche die in die ecke rein stellt und die von vorne denn so geriffelt sind oder solche falten haben solche lamellen oder sowas die kommen normalerweise tatsächlich so in die ecke rein und die anderen absorber so wie diese hier zum beispiel die werden einfach umgedreht in die ecke reingestellt die sind auch von dieser firma und die werden so in die ecke reingestellt so dass es aussieht hättet ihr in der ecke so eine säule im prinzip und so ist das nämlich auch richtig weil das auch nach diesem prinzip arbeitet ihr sprecht da rein es geht durch es geht gegen die wand und wird dann noch mal rück reflektiert das heißt so werden sie eigentlich richtig aufgestellt aber nicht alle es gibt tatsächlich auch welche was ich gerade schon sagte die andersrum richtig in die ecke reinkommen wo die ecke oder die spitze auch wirklich in die ecke reinkommt in diesem fall bei denen zeigt die spitze halt in den raum rein und so werden diese hier auch richtig montiert Dann also wenn ich das jetzt gemacht habe und die werde ich in die ecke reinkleben dann habe ich mir nämlich wirklich was besorgt von der firma und da kippt gleich was um so das sind diese hier das ist ein bisschen ich bin jetzt gerade hier ziemlich eingeengt vielleicht sieht ihr gerade noch mal mein käppi das sind diese absorber der ist ein meter mal 50 cm breit und sieben zentimeter dick und alleine wenn ich jetzt hier schon so vorspreche höre ich auch schon wieder sofort dass der ton ganz ganz dumm fährt also ich werde ein bisschen leiser und der ton also der atom wird ganz dumm die höhen verschwinden mit ihr müsst allerdings aufpassen dass ihr nicht zu viel davon macht dass alle höhen nachher tot sind wenn alle komplett tot sind alle höhen dann müsste das natürlich wieder nach bearbeiten und höhen rausholen was wiederum dazu führen kann dass wir mehr rauschen in die aufnahme rein bringt wie ihr rauschen übrigens entfernt habe ich auch schon mal gezeigt könnt ihr euch sonst hier noch mal anschauen das video verlinke ich euch auch noch mal in die video beschreibung also per software zumindest das rauschen entfernen könnt und auch vorab schon durch spezielle aufnahmegeräte könnt ihr das natürlich auch schon mal von vornherein umgehen so jetzt sieht hier alles wieder ein bisschen anders aus nicht wundern ich bin nämlich gerade währenddessen dabei mein studio oder mein kleines mini studio hier umzubauen deswegen ist der hintergrund jetzt wieder ein anderer der ist jetzt übrigens auch soweit fertig meine mauer aber das tut nichts zur sache ich habe in der zwischenzeit natürlich auch die beiden ecken schon bereits installiert wie ich die gemacht habe beziehungsweise installiert habe ganz einfach ihr könnt dafür entweder natürlich montage kleber nehmen also normalen kleber aus dem baumarkt dann müsst ihr halt gucken wie fest ihr das dran haben wollt und ja ob das egal ist ob ihr das danach wieder abreißt und eventuell der absorber kaputt geht oder die tapete kaputt geht ich habe hier rauhfaser und habe das auf rauhfaser geklebt allerdings habe ich dafür zwei versuche gebraucht zum einen habe ich erst mal ausprobiert extra doppelseitiges klebeband zu benutzen das sah dann so aus das funktioniert zwar erst im ersten moment also hält auf der tapete sehr gut weil das ist mir extra doppelseitiges klebeband für tapeten und so was aber es hält auf dem schaumstoff nicht das war das problem und ich hatte aber noch eine zweite alternative die ich mir überlegt hatte und zwar habe ich mir magnete besorgt weil ich halt das irgendwie so haben wollte dass wenn ich die wieder abnehme meine tapete nicht völlig hinüber ist und deswegen habe ich mir solche magnete besorgt für rauchmelder das sind so rauchmelder magnete doppelseitig auch und haben so eine bestimmte stärke wie ihr seht und könnt ihr einfach drauf kleben dann habe ich es an die wand oben ran gedockt also ich habe nur ein so magnet benutzt benutzt also zwei teile natürlich ja nord und südpol sozusagen und das einfach an die decke gesetzt und es funktioniert wirklich super ich kann einfach ohne weiteres den absorber wieder runter nehmen und der magnet löst sich sofort es geht nichts kaputt es reicht reißt nichts ab es ist alles noch im super zustand und ja ich habe super befestigt und halt super einfach das ist für mich immer wichtig es muss super einfach sein und super schnell zu installieren das ist immer ganz cool deswegen an dieser stelle der tipp mit den rauchmelder magneten und akustisch hat das natürlich auch ein bisschen was gebracht also ich höre auf jeden fall dass es immer und immer besser wird es jetzt nicht mehr so rum halt in den ecken und die höhen sind natürlich immer noch ein bisschen vorhanden wenn ich laut klatsche klar weil den raum dahinter hinter dem vorhang den kann ich natürlich nicht verschwinden lassen der ist einfach da und da geht auch heil hin sonst würde man mich ja auch gar nicht mehr dahinter hören man hört mich natürlich auch hinter dem vorhang sonst wäre das ja eine komplette isolation aber das ist es ja hier nicht es ist nur eine dämpfung also ich kann auf jeden fall sagen dass der ton mir sehr sehr gut gefällt und jetzt kommen im letzten schritt hat noch die absorber hinten ich spreche noch mal kurz in mein voiceover mikrofon rein damit ihr das auch so ein bisschen mitbekommt hinten werden jetzt noch am schreibtisch meine zwei großen absorber noch mal installiert und dann noch einer hier neben mir also drei stück insgesamt 2,70 mm dick und 2,50 mm dick könnt euch merken je dicker das material desto besser wird absorbiert also drei stück installiere ich noch und dann bin ich auch soweit fertig hier mit meinem studio also bis gleich ja willkommen zurück leute und hier bin ich jetzt endlich am ende angelangt ich habe jetzt soweit alle absorber die ich mir bestellt hatte verbaut noch etwas anders als ich ursprünglich geplant hatte hat einfach den hintergrund der sich mir gedacht habe auf der wand reichen auf jeden fall irgendwie zwei große absorber bin noch überlegen ob ich doch noch irgendwie einen dritten dazu packe aber so wie sie jetzt installiert sind sind sie sehr gut installiert direkt halt hinter dem boxen hinter monitor selber muss jetzt nichts unbedingt sein aber ich kann euch sagen es ist unheimlich wichtig welche richtung oder ausrichtung ihr habt bei den absorbern und wo ihr sitzt also die platzierung von dem absorber ist unheimlich wichtig also man hört den hall auf jeden fall hinten noch in der küche da höre ich ihn auf jeden fall aber hier merkt man dass das schon sehr abgedumpft ist und hier nicht mehr halt also hier in diesem bereich aktuell wo ich hier sitze auf diesen paar quadratmetern ist auf jeden fall alles relativ tot das ist schon mal sehr gut also tot im sinne von keine großartigen nachhall höhen sondern mehr nur noch dieses leichte dröhnen aber das habe ich ja gerade schon besprochen woher das kommt die vorhänge was ich noch sagen wollte habe ich mir in der zwischenzeit auch noch mal neu bestellt drei stück an der zahl ich habe hier eigentlich zwei aus diesen zwei mache ich drei der am fenster wird noch etwas breiter werden und auch dieser hier diesen vier meter den werde ich auf zwei mal drei meter aufteilen einfach aus dem hintergrund dass ich mehr falten bildung brauche ich hatte ja vorhin gesagt wenn der aufgezogen ist und man den glatt auseinander zieht dann glitzert das überall so ein bisschen das licht durch das habt ihr natürlich nicht wenn er ein bisschen zusammengeschoben ist und falten wirft das ist das eine er soll dadurch halt wirklich blickdicht sein und die akustik wird dadurch halt noch mal besser so sollte es eigentlich auch sein also so gehört das dass der vorhang nicht komplett glatt aufgezogen ist sondern wenn er aufgezogen ist immer noch viele falten wirft damit halt die akustik wenn die drauf trifft auch noch mal so ein bisschen die chance hat da drinnen zu versacken und nicht so eine relativ glatte fläche dann irgendwie zu haben wo es da drinnen versacken muss das heißt so ein geknüllter sag ich jetzt mal vorhang ist natürlich immer besser akustisch als ein glatter vorhang und deswegen fliegen die beiden raus drei neue kommen rein also zwei auf der langen seite und einer dann noch mal beim fenster und dann ist das auch wirklich blickdicht und vor allen dingen also und lichtdurchlässig und so weiter und akustisch noch mal ein kleines bisschen besser aber der darf jeden fall am meisten gebracht sich damit quasi irgendwie abzukappen wenn ihr die möglichkeit habt dann nutzt irgendwie den vorhang und kappt euch damit so ein bisschen ab es kann natürlich auch ein anderer vorhang sein probiert das einfach mal aus man kann auch verschiedene sachen für solche sachen hier nehmen ich habe auch schon ganz verschiedene sachen durchgemacht ich habe angefangen mit noppenschaum ich habe überlegt mir eine matratze zu holen von ikea so eine kindermatratze 70 x 2 meter oder so was aber 70 x 1,90 und da den kern einfach nur bezug ab oder so den kern zu nehmen und den dann irgendwo an die wand zu packen kann man auch alles machen ja ich habe mich letzten endes aber doch für diese lösung hier entschieden und bin da ganz zufrieden mit weil a ist eine gute qualität b ist es nicht teuer und c kann man das super schnell montieren und es sieht noch sehr stylisch aus weil diese platten gibt es in zwei varianten es gibt einmal die normalen platten das sind dann diese wie diese quadratischen teile die hier an der wand habe die ich so schräg montiert habe die sind dann komplett glatt oder es gibt dann auch die version mit dekorplatten das ist die gleiche qualität also da ist kein qualitätsunterschied es ist einfach nur sieht einfach ein bisschen stylischer aus dadurch dass die kanten so abgeschrägt sind also da habe ich natürlich zu den dekorplatten gegriffen weil ich die doch ein bisschen ansehnlicher hier finde so jetzt sind wir nämlich fertig und ich mache jetzt noch mal für euch den klatschtest denn ich stehe jetzt hier in meinem neuen optimierten studio es klingt schon viel viel besser als am anfang natürlich höre ich das hinter den gardinen irgendwo noch ein bisschen schall ist ist natürlich klar denn ich bin nur absorbiert ich bin nicht isoliert das ist ein unterschied und im prinzip ist das jetzt hier ziemlich vollgestopft mit basotekt und vorhängen fangen wir ganz kurz hier auf meiner linken seite an also zu meiner linken befinden sich vier vorhänge vier molthorn vorhänge und zwar jeweils zwei hintereinander das habe ich extra gemacht so wie ich es im video schon gesagt habe dazwischen ist noch mal so drei bis fünf zentimeter luft das ist ganz gut und dann sind das halt vier stück weil ich daher doch irgendwie raus muss aus dem ganzen hier deswegen sind die einmal getrennt in der mitte sind zwei sehr lange vorhänge ich glaube die sind sechs oder sieben meter ist ein vorhang und die spannweite ist normalerweise also die von wand zu wand sind das drei meter 60 glaube ich das heißt ich komme ja auf jeden fall auf das doppelte ungefähr um das ganze nachher auch ein bisschen in den faltenwurf rein zu bekommen was ja sehr wichtig ist daneben geht es weiter mit dem fenster das heißt hier habe ich auch zwei molthorn vorhänge hintereinander dahinter ist ein fenster oder zwei fenster sozusagen und davor sind noch plisys dann in der ecke habe ich mir alles ziemlich voll gestopft mit vasotekt eigentlich ich hatte erst angefangen mit fünf zentimeter habe mich dann auf sieben zentimeter hoch gearbeitet und bin jetzt doch bei zehn zentimeter stärke gelandet von vasotekt material her und ich habe natürlich auch versucht die ecken möglichst irgendwie naja gutes geht zu absorbieren das heißt ich habe die ecke absorber und oben nochmal die speziellen ecke absorber und auch oben an der decke alles was so ein bisschen eckig ist versucht schräg zu machen um das ganze so ein bisschen mehr zu absorbieren und so zieht sich das eigentlich weiter durch also an der decke natürlich auch durchgehend aber hauptsächlich auch an meiner wand hier wo ich jetzt stehe im prinzip hier noch absorber das heißt hier habe ich noch absorber hier ist die einzige stelle wo ich tatsächlich keine absorber habe ist eventuell noch geplant aber da hat auch ein bisschen mit dem setting zu tun dass das so aussieht wie es jetzt hier aussieht wie ihr das sehen würdet also bin ich noch mit mir am hadern ob ich da jetzt auch noch was hin machen soll weil ich finde so eigentlich ganz okay weil es soll noch so ein bisschen ästhetisch aussehen soll noch ein bisschen ansprechend sein direkt hinter mir ist eine sehr schöne wand mit vasotekt mit sechs an der zahl davon sind oben die oberen drei zehn zentimeter dick die unteren sieben zentimeter alle mit dieser leichten abgeschrägten form aber das ist geschmackssache natürlich auch hier eck absorber und ja ein bisschen licht für die deko und das war es eigentlich natürlich ist hier unten nochmal ein teppichboden und ich habe mir auch noch eine kleine voice box gebaut das zeige ich euch hier nochmal ganz kurz im zeitraffer aus basotekt material kann man auch machen muss man nicht unbedingt aber es ist schon ziemlich geil da rein einzusprechen das ist gerade so wenn man halt keine richtige kabine hat oder ähnliches hilft das schon ungemein noch ganz kurz was zu der montage von absorbern ich habe das im prinzip so gemacht jetzt im endeffekt dass ich pappe genommen habe ich habe pappe genommen kleine pappstreifen habe diese pappstreifen dann mit heiß kleber an den absorber gemacht also an die rückseite vom absorber und dann wiederum auf diese pappstreifen das tolle selbstklebende doppelseitige klebeband für tapeten und habe das damit dann quasi an die wand gebracht vorteil ist dass man das da auch relativ gut wieder von abbekommt also von der wand von den tapeten vom absorber wird es ein bisschen schwierig aber selbst wenn man das abholt und da reißt ein bisschen was raus der ist so fest und so stabil dass das kein abriss macht im wahrsten sinne des wortes dass euch die jetzt irgendwie kaputt gehen oder dann nicht mehr funktionieren das war so meine methode ihr könnt ihr natürlich und das wäre tatsächlich noch besser um den effekt zu verstärken wenn ihr die absorber nicht direkt an die wand macht sondern diese mit einem abstand macht und optimalerweise könnt ihr euch einfach als faustregel so merken der abstand den macht ihr so wie dick der absorber ist das heißt wenn ihr einen 5 cm dicken absorber habt dann macht ihr den abstand zur wand 5 cm bei 10 cm 10 cm bei 7 7 und so weiter das hat einfach den hintergrund dass das ganze noch mal verstärkt wird und es so wäre wenn ihr einen 5 cm absorber habt und ihr nehmt den 5 cm von der wand hätte das ungefähr so einen effekt als hättet ihr ein 10 cm absorber eine unheimlich wichtige sache noch für alle die überlegen sich irgendwie schaumstoff in die bude zu ballern und denken dass so ein zeug hier hilft also ich kann euch sagen nein also wer sich sowas kauft der kann das ding auch anzünden und verbrennen das hat den gleichen effekt weil ihr werdet damit kaum irgendwie was isolieren können oder ähnliches ich kann sie mal vorhalten ich kann mir ein paar mehr davon halten ich habe hier davon ganz viele zehn stück oder so ich habe wirklich alles mögliche ausprobiert und wenn ich das jetzt vor das mikrofon halte werdet ihr hören dass sich der unterschied kaum irgendwie hörbar dass er kaum irgendwie hörbar ist das ist vielleicht ein bisschen dumpfer wird aber dass man selbst diese menge diese menge hier würde nichts wirklich bringen also wenn ihr euch diese komischen lappen an die wand macht die vor allem auch so dünn sind bringt das nichts auch wenn ihr anderen schaumstoff nehmt guckt was ich damit machen kann ich kann ihn so zerdrücken der ist so komplett weich das funktioniert nicht basotekt das könnt ihr nicht das basotekt könnt ihr abbrechen wie brot ja und das geht hier natürlich nicht das hier könnt ihr einfach so zerreißen und dann ist es weg also sowas oder leute die sowas empfehlen haben von akustik tatsächlich keine ahnung ich bin auch kein akustik guru um gottes willen aber ich habe vieles ausprobiert und auch vieles praktisch getestet und kann euch sagen das funktioniert gar nicht basotekt hat tatsächlich als einziges bei mir wirklich funktioniert und der akustik vorhang und das wird bei euch auch so sein definitiv und es gibt auch diese in anderer form egal ob die jetzt glatt sind oder mit diesen streifen oder geriffelt oder als pyramide egal auch wenn die zehn zentimeter dick sind wird dieser stoff nichts bringen weil das an diesem stoff liegt dieser dünne schaumstoff der eigentlich irgendwie zum basteln oder sowas vielleicht gut ist aber für nichts anderes funktioniert also absorbiert nicht wirklich etwas und auch diese waben form die es ganz oft gibt oder ganz andere form und farben und so weiter die ja vom grund her auch meistens aus basotekt so ein bisschen bestehen die sind ja auch meistens nicht dick vielleicht zweieinhalb drei zentimeter lass es vielleicht fünf zentimeter sein aber auch das bringt nichts wenn ihr euch das einfach hinter euch an die wand dran klatscht nur so ein paar waben und dann glaubt ihr okay ich habe jetzt akustisch was getan also wer da kein unterschied hört oder nicht hört dass da einfach nichts passiert ja tut mir leid aber der kann dann auch nicht behaupten dass er eine professionelle aufnahme abliefert ich höre das in so vielen aufnahmen von professionellen sprechern wie das klingt ich meine ich selber ich will mich da jetzt nicht rausnehmen ich habe auch mal klein angefangen und das ist einfach nur mal ein tipp an alle die die vielleicht auch denken dass sie eine gute akustik haben dass sie vielleicht mal hinterfragt habe ich wirklich eine gute akustik oder hört man das doch noch irgendwie dass da nackte wände sind und so weiter und was auch einfach unheimlich wichtig ist dass ihr alles was hinter euch ist auch absorbiert es geht nicht darum dass da wo ihr rein sprecht alles absorbiert ist sondern auch hinter euch muss alles super absorbiert sein warum ihr sprecht nach vorne der schall geht natürlich überall hin der geht nach vorne der geht auch nach hinten der wird hinter euch wieder reflektiert das heißt wenn hinter euch nichts absorbiert ist kommt der schall ungefiltert von hinten von der nackten wand wieder zurück nach vorne zu euch ins mikrofon was natürlich vor euch steht und das wollte nicht deswegen ist es nicht nur wichtig alles rundherum zu absorbieren am besten natürlich oder halt vor euch was vor euch ist weil ihr dahin sprecht ist natürlich auch ein großteil der da dann schon absorbiert wird vorne sondern auch hinter euch was hinten wieder zurückkommt und dann im mikrofon landet und mikrofone sind perfekte zuhörer die überhören nichts die hören einfach permanent immer exakt und ganz genau hin und das kann natürlich auch zum problem werden deswegen ganz wichtiger tipp das war mein anliegen dass ihr hier nicht irgendwie so ein schrott kauft oder sowas lasst das spart euch das geld holt euch bar so tag oder wenn ihr einen anderen tipp habt ihr könnt auch selber absorber bauen steinwolle und sowas alles nehmen das ist allerdings nur so preis leistungsgeschichte da müsst ihr gucken was da besser ist für euch müsst ihr einfach mal gegenrechnen meistens ist es so dass sich bar so technisch schon lohnt weil es schön aussieht viel leichter ist ein bisschen mehr kostet vielleicht aber ihr habt da weniger ärger mit es gibt so viele möglichkeiten aber es gibt auch so viele falsche und das nur mal ganz kurz zu dem thema dann noch eine sache die euch wahrscheinlich vielleicht beschäftigt oder den ein oder andere von euch da draußen was ziemlich nervig ist und zwar ist das das sogenannte dröhnen das sind diese raum moden und diese raum moden das sind quasi überlappungen der schallwellen im raum wenn der raum zu klein ist oder sowas zum beispiel und die zu schnell aneinander wieder vorbei sausen jetzt mal leihenhaft ausgedrückt dann ja kommt es zu einer genannten raum mode das bedeutet ein dröhnen im bereich von ungefähr 80 hertz das habt ihr vielleicht auch in den videos jetzt hier gesehen also in den ausschnitten hier vor ganz am anfang dieses videos wo der schreibtisch auch zum beispiel hinter mir stand da stand da dort der schreibtisch und als ich dort in der ecke saß hatte ich halt immer das problem mit der raum mode es hat extrem gedröhnt das kommt durch diese große tischplatte die ich natürlich drin habe weil die tischplatte eigentlich suboptimal ist für sowas aber es geht nicht anders weil das ist hier auf sechs quadratmetern all in one das heißt ich nehme hier auf so wie jetzt hier ich nehme aber auch voiceover auf in mithilfe von meiner sprechbox und sowas aber arbeite hier auch drin also mache auch schnitt und sowas und höre mir das alles an deswegen ja bleibt es nicht aus dass dieser computertisch hier ist wenn ihr natürlich die möglichkeit habt keine großen flächen oder sowas mit reinbringen in sowas weil das dann dazu führt dass ihr auch noch mal ein dröhnen habt weil wenn ich den schreibtisch nämlich hoch fahre ist das dröhnen quasi weg warum weil der abstand dann ziemlich gering ist und sich das dann quasi nicht mehr wirklich so schnell überlappen kann dass es dröhnt ist jetzt so weit unten dröhnt es wieder ja deswegen steht der schreibtisch hier zum beispiel auch jetzt auf der anderen seite also vor mir und auch etwas schräg ich habe den also nicht irgendwie gerade in die ecke gestellt es kann also schon helfen falls sie einen dröhnen haben solltet dass ihr den schreibtisch wieder ein bisschen verrückt also anders stellt oder ein bisschen von der wand weg zieht hilft auch schon oftmals und natürlich sogenannte bass fallen also alles in die ecke rein was geht noch mehr zum beispiel als hier bei mir es gibt auch richtig dicke bass fallen die man da rein stellen kann damit schlagt ihr quasi zwei fliegen mit einer klappe weil wenn ihr die tiefen etwas rausgenommen habt das dröhnen also von den tiefen her dann habt ihr auch gleichzeitig meistens die höhen auch so ein bisschen mit beseitigt also dieses dieses ganz hohe klatschen diese hohen effekte wenn die wände komplett nackt sind ja und das macht schon einiges aus kann ich euch sagen und da habe ich auch sehr lange mit gehadert und gekämpft diese raum mode hier ein bisschen zu zerstören sie ist jetzt wirklich minimiert und es ist auch gut so aber es ist noch nicht 100 prozent perfekt ich würde sagen so 98 prozent ist hier schon echt gut absorbiert und ich denke mal dass die qualität hier schon besser ist als ganz vielen anderen videos die man so hört und sieht und wenn man sich da wirklich anfängt mit zu befassen mit ton und darauf achtet und auch hört und auch mit verschiedenen kopfhörern hört weil ich höre zum beispiel mit diesen 250 ohm kopfhörern noch mal ganz anders als mit diesen 80 ohm kopfhörern hier höre ich zum beispiel auch die die waschmaschine im hintergrund poltern das hört man hiermit nicht weil das zu fein ist dafür höre ich hier ganz feine geräusche also ganz viele höhen die man so mit diesem kopfhörer zum beispiel nicht hören würde das heißt auch so wie ihr dieses video jetzt hört über einen lautsprecher über den fernseher über kopfhörer dann über welche kopfhörer bluetooth kopfhörer kabel kopfhörer hochwertige kopfhörer nicht hochwertige kopfhörer es wird immer anders klingen aber es gibt ein paar faktoren die halt immer gleich sein sollten kein bis wenig grundrauschen und halt kein hall oder schall das andere der klang selber den ihr über die verschiedenen kopfhörer hört ist noch mal was anderes aber dieses basic dass kein rauschen da ist und auch alles ein bisschen hall und schallfrei ist hört sich oder sollte halt überall gleich sein genau das noch mal ganz kurz zu dem thema mit dem dröhnen es gibt auch ganz auf diese baso text g plus das heißt also dieser ton ist meistens wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe korrigiert mich wenn ich falsch liege g also dieses g plus ist halt dieser ton der so um 80 herz rum schwimmt ja und deswegen nennt sich das so das war jetzt wirklich meine odyssee von meiner akustik tour hier also es hat sehr lange gedauert es hat tatsächlich ein paar monate gedauert bis ich das alles vernünftig verstanden habe recherchiert habe mich für etwas entschieden habe es bezahlen konnte es auch alles nicht günstig und dann so montiert habe dass der raum jetzt tatsächlich so klingt wie er klingt und ich kann euch sagen es ist jedes mal einfach nur geil wirklich ein richtiger genuss sobald man hier reinkommt wie sich die akustik verhält alleine wenn man ein glas auf den schreibtisch stellt dieser trockene sound es ist einfach nur phänomenal und sobald ich irgendwas aufnehme klingt es auch noch mal richtig super so ich habe mir jetzt hier gerade noch mal mein lavalier mikrofon angeschlossen und installiert einfach damit ich noch mal kurz eine aufnahme machen kann und die aufnahme starte ich auch jetzt und jetzt müsstet ihr mich über mein lavalier mikrofon hören einfach auch noch mal als vergleich was das ausmacht weil die verschiedenen mikrofon arten die ich ja getestet hatte in diesem video die sind natürlich auch unterschiedlich das heißt ich spreche jetzt die ganze zeit oder habe die ganze zeit jetzt hier über dieses richtmikrofon über mir gesprochen jetzt hört ihr mich über das lavalier mikrofon ich kann auch hier noch mal kurz klatschen und naja ich habe ansonsten noch könnt ihr das sehen so ein bisschen im bild ist es das schul smb aber da kann ich euch sagen ich kann auch gleich noch kurze aufnahmen machen mit dem schul smb zum schluss aber es ist so oder so schon sehr gut weil das ja ein nahbesprechungs effekt hat das heißt sowieso alles drumherum ein bisschen ausblendet richtig war mir das halt auch für diese geschichte mit dem richtmikrofon weil ich hier frei drunter stehe weil hier etwas entfernung ist und halt zur not dieses lavalier mikrofon weil das ja auch viele von euch benutzen und deswegen auch ganz wichtig ist dass das ganze gut klingt ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen mit diesem video vielen dank fürs zuschauen jetzt gibt es noch keine kleine aufnahme mit dem schul smb und dann würde ich sagen sehen uns beim nächsten video und hier wie versprochen noch mal kurz eine testaufnahme mit dem schul smb wie bereits gedacht hört sich das ganze einfach nur super an ich freue mich auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen und bis dann